Ja, ich hab die Bombe. Ich würd sagen, wir gehen die Bombe legen. Fuck off, Team. Why you no buy? Flo. Flo, why you no buy? Ich buy auch nie. Ah, okay. Also, wo geht's denn? Äh, ja. Flo macht mir dann sein eigenes Ding? Ja. Mach mal leise, 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 leise. Brain is Brain Afka. So, wir rennen jetzt gleich los. Alles klar, Flo ist tot. Ja, hab ich gesehen. Tester, Tester. Beste Prosie ever. Hallo. Auch null treffen, ne? Hinter dem Fass sieht man den ja überhaupt nicht. Ich seh den schon, die treffen halt nicht, ne? Selbst mit dem Fahnd kurz drauf und ohne Bewegung nichts. Gegenkaufen, ne? Weiß gleich nochmal A, äh, B, aber halt aufrushen, ne? Ne. Ne? Ne. 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 Let's go! Er hat halt nen CZ. Ta-daaaah. Ich flash. Aufrush. Nichts. Wieder einer, Fester. Pass, natürlich. Das auch nicht, Alter. Boah. Hardcore-Blender. Ja, komm. Oh nein, Alter. War Fässer down? Kurz kommt was jetzt. Kurz kommt was. Zwei kurz, beide, glaub kurz. Nicht da, Kobra. Ahhhh. Er kommt auch noch unten durch, Alter. Ja, Nade ist unten. Ich dachte eigentlich, ich hätte ne Flash in der Pfote. Ich muss die HE gepickt haben. Ja. Lass ne Eco machen. Einfach mal allang durch. Ja. Kurz war jetzt aber der Aufgang gewesen, ne? Wo ich zuerst hingeschossen hatte. Ja. Kanäle ist lang dann wahrscheinlich. No. Ist gedinkt. Ist gedinkt? Er ist runter, Treppe. Connector. Auch immer Connector. Slow, das Team, ne? Oh, ich kann nicht erst lower. Äh, antworte ich nachher drauf. Verstehe es gerade im Moment nicht. Er ist down. Ich gehe durch... ...Klo? Von hinten? Und wo? Ja. Er lebt nach. Ist hinterm Stein. Äh, geht mal, Treppe, Connector. Ja, machst du. Ja, ach komm! Hier ist halt auch nicht Kraft, Alter. Nee, also, wie kann man denn... Genauso wie der Call, dass der von hinten kommt, Alter. Der kam voll spät. Der kam gar nicht, oder? Ja, der weiß nur von wo die Steps hier kommen. Über mir, was? Ja. Easy going, Speedro. Kann alles. Skidro. 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 So. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ich brauche mal ein bisschen Handlungsspielraum hier. Guys, I tell you, we kill them all. Then we go go. Also, wir sind jetzt nicht gezwungen, gleich auf dem Baseboard rauf zu gehen wie die Irren, ne? Und wir können da... ... ... ... ... ... Unten gesmoked. A lang. Baby lang. Hab einen. Gätschern. Steht einer hinten. Durch die Kanäle durch. Na. Sehr schön. Langern wir auch einen raus. Der ist recht. A besteht Richtung Connector. Ah, nicht. Link? Ah, da steht er. Direkt da drin. Was ist denn das für ein Hacker, man? Der kriegt ein Report, Alter. So, melden, Wallhack. Konnte er gar nicht wissen. Ja, beide Treppe, Connector. Einer geht akkur, der andere Treppe. Ja, einer schon im Klo drin. Schauen. Macht's zusammen, bitte. Da ist wieder. Nice. Nice. Warum kann ich nicht hin und her schalten zwischen den Leuten? Ja, das ist ab und zu mal ein bisschen verpackt. Das hab ich gesperrt, du kannst bei mir nicht zugucken. Das hätten wir gern. Ich kann einmal liegen. Ich kann dir überall zugucken. Braucht jemand? Ne, gut. Hebt der auf für nächste Runde. Da gibt's am nächsten zum Gucken. Baut nochmal A auf, bisschen. Die dürften ja jetzt keine A wir haben. Wo war er, Alter? Ja, wir haben beide drauf geschaffen. Warum musste er? Warum? Warum. So, hast du Wallhack? Ne. Ne, ne, ne. Der ist unten da lang gelaufen. Warte, lass mich vorgehen, Eric. Okay, jetzt noch was. Aus. Nice. Uh oh. Noll. Ach, der Motto brennt sogar. Lang. Ohne Balkon. Ohne Balkon, oder? Ich hab geguckt, da war nichts. Ich bin hinterm Auto. Wir kommen grad über kurz, ne. Sicher, dass er in dem Auto ist, oder? Oh. Ich plante B. Flasher, Flasher, die war nicht von mir. Ja, gut, gut, gut. In der Bank drin, in der Bank drin. Nice. Wo seid ihr denn? Warum bin ich nicht B? Ja, B ist krank. Ja, der step über uns. Der step über uns kurz. In dem Fenster drin, oder? Oh, das war Geld. Hinter uns. Hinter uns, hinter uns Fenster oben. Der Fenster ist noch jemand von uns drin, oder? Ja, der kommt hinter dem. Jetzt geht er rum. Keiner. Willst du deine AK wieder haben, Eric? Ah, ich hab weniger Kohle. Kauf du lieber. Okay. Zwei A, aber würd ich sagen, wir gehen über... A, äh, auf A, wa? Überm Spielplatz. Ja. Ich mach immer nur B, kurz ein bisschen Stress. Gehst du ein bisschen durch. Sterb dabei. Pass auf, der Skidrew, der geht immer durch die Kanäle durch. Oh, er hat zurückgeschossen. Ich bin lang voll. Wir drücken hier doch bitte. Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Flo... Ah. Ach, so ne Pisse, Mann. Sind zwei Mann. Sind zwei Mann. Andi, das war Schäbek, oder? Ja, rechts ist noch am Brunnen was gewesen. M4. Grenade! Ich schaue die Flashbank. Start! Ja, jetzt geht auf B, oder? Ja, das B geht. Hier im Connector runter. Ja, das geht. Ich fick A an. Connector, einer. Komm mit, komm mit, komm Brain. Links um die Ecke. Der andere muss auch mitkommen. Rechts, rechts. Geht jetzt A am besten, ne? Da seid ihr ein bisschen am Arsch da drin. Der ist hinter der Smoke gewesen. Ja. Einer muss nach hinten. Einer nach hinten absaven, ne? Guckt jetzt beide in die gleiche Richtung. Los, ich bang kann was stehen hinten. Rechts, 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 rechts! Ja. Ach, scheiße. Wack, steht. Was zur Hölle? Ich würde jetzt den Call kriegen. Vorsicht. Ja, muss aber legen. Macht nichts, kann hier liegen. Der kommt jetzt hinter dir wahrscheinlich. Doch nicht. Ey, die lacken sich was zusammen, das ist der Wahnsinn teilweise. Ja, Timing passt nicht so ganz. Ja, Timing passt nicht so ganz. Aber wie konnten die einen mit dem herstellen? Ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt sterben, Alter. Na, ich ging irgendwie durch den Truck durch. Der hat aber nur noch ein paar HP gehabt. Der hat aber nur noch ein paar HP gehabt. Der muss zwei HP oder so was gehabt haben. Kann mir einer legen? Ähm. Ne, ich kann gerade so selber kaufen. Ne, ne. Ähm. Wenn da oben auf arm ist, aufpassen, ne. Und man kann auch ständig von hinten kommen und so. Ja, das habe ich gerade gemerkt, ja. Wenn ich absichere nach hinten und so. Gehen wir mal B. Connector minus 79. Fertig. Grenade out. Throw in Falk. Hat einer gepusht. Ist down. Connector steht immer noch. Danke. Da war aber noch einer, glaube ich. Ist noch einer. Hallo. Der ist da oben. Der war da hinter der Wand. Der hat drüber... Ja. Von wo? Sky-Drew wieder. Nee, die boosten sich. Wer hat mich erschossen? Wir könnten gegenboosten, wenn du willst. Nee, wollen wir nicht. Nein. Ah, die scheiß AW, Alter. Wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Komm zurück. Kann mir mal jemand sagen, wo der... Hat der mich totgeboostet, oder was? Ja, hat er. Ich glaube auch schon noch einen Battle, ne? Pass hoch. Viel Zeit, geht auf. Ja, da steht da, Alter. Will der mir erzählen, der hat mich vorhin durch das Metall erschossen? Kann sein, dass er schon verschoben hat. Ja, aber das ist auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nicht cool, Leute. Wir haben die Map halt schon mal gespielt. Ja, zumindest Sky-Drew. Man darf jetzt da nicht mehr so viel, immer mit Messer rum und so durch die Türen und immer drauf gewappnet sein. Die verschieben schon. Vor allem, wenn wir lang irgendwo brauchen, dann verschieben die. Jetzt so nichts Neues mittlerweile. Wenn auch jetzt schon wieder pushen. Ich warte, falls wir von hinten kommen. Was? Da kam wirklich einer. Er wollte es probieren. Ich komm. Lass zusammen hier. Ich komm. Kommen zwei lang. Einer kommt mit mir Short mit. Warte schon weg, ich komm. Short einer. Der Refrag kommt, muss schneller gehen. Jetzt hier, wir connecten, komm hoch, komm hoch, komm. Nice. So, jetzt geht zusammen. Der nimmt seine Waffe mit. Ich guck nach hinten. Truck steht. Ja, jetzt sind beide auf B. Die müssen jetzt beide vorne sein wahrscheinlich. Einer Bank. Einer Bank. Einer Bank. Einer Bank und einer Ding. Oh, nein. Bank. Nice. Nimm mal mit Stock AIP mit. Oder wir können es auch machen. Ich hab beide Waffen? Ne, ich hab eine. Beide Waffen? Ja, ich wollt grad sagen, beide Waffen weggeschmissen, aber ich hab sie aufgehoben. Äh, das ist okay so. Weil beide machen. Also bisschen, bisschen aufs Radar gucken, dass man nicht alleine geht, weil dass man immer den Refrag setzen kann. Das ist einfach. Wir töten sie und dann gehen wir nach Hause. Denkt an einen Push jetzt oder so? Müssen ein bisschen aufpassen. Ich hab hier kurz einen. Mh. Bank oder von oben. Fock Connector. Hier ist wahrscheinlich Klo zurück. Wasser. Mh. Mh. Er ist Connector. Er ist Connector. Schrei weg, schrei weg, er kommt hoch. Nice. Da war noch einer oder? Ich hab nur einen gesehen, äh. Einer auf uns, Ars-Bot Flash, Ars-Bot Er ist tot Einer kommt, connect Da kommt Nexker Wo ist denn der Scheiß? Kann man nicht hier direkt an? Kann man auch aufplanen oder nicht? Fast der Bombenplan ist, der tracks mal ziemlich klein Lappt auch ganz gut Bis jetzt Man muss halt ruhig spielen, ne? Ein bisschen Taktik und zusammenbleiben Mit der Flow müssen wir aufpassen, der schweigt schon vor sich hin Da steht Ars-Bot Was ist die Ars? Weiß ich gar nicht Die haben ein ECO ECO mit Ars-Bot Also zwei haben die ge... Zwei lang Halt aber die flash gut Was ist das Connector? HWP lang Smoke mein Connector rein Smoke Sie fällt alle Treppen runter HW in dem Auto Wenn du hinten rausgehst War rechts In deinem Auto? Ich kann HE werfen Aber jetzt rechts wahrscheinlich Guck mal hinter dich Guck mal hinter dich Guck mal hinter dich Ich kann noch blenden auf den Spot Zwei auf B Das soll ich rüberblenden Schlabeck Ja mach mans Das ist'n Warte Du fahrt mir einfach zusammen und tot Wo? Hä? Wir sind da hin Der steht heute link Unten an die Treppen drin Unten Ned kommt N economiros Is gaan die vom B verschieben Ja Wo denn? Hier, close, close Man, er ist so'n Bastard, man Dieser Skill-Do, ne? Alter, er... Der klickt mit jeder Waffe Könnt ihr was leichtes legen Könnt ihr was leichtes legen Geht mal nochmal A hoch, ich geh mal ein bisschen B Nehm mir irgendeinen mit und dann könnt ihr über den Connector nachkommen Oder wir kommen über den Connector nach, je nachdem wo Wo wir in Wider Umfeld Ja Das ist halt A war wahrscheinlich auch lang Ich bin lang voll Oh, er ist schon... Ich geh mal zurück Einer Connector Lang wird gepusht Ah, er ist slow Lang ist down A Ja Ja, ich hab ihn, also einen auf jeden Fall Die A besteht im Klo, Alter, ich raste aus Und das ist schon soweit Eine Connector, minus 68 Hallöchen, Micha Ja Bist du genau richtig zum Enrage'n Gucken Erstmal die Map spielen Gibt's so hart auf'n... auf'n Schnabel Warte 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 Oben Weiß nur nicht, das ist halt Durch die Kanäle Ja, lass mal day rushen Ist halt ein bisschen tricky mit der Aave Wieso, ich hab'n Gefühl auf B-Code steht immer ein ziemlicher Nu Sagt er und starb mit nem Headshot B-Code B-Code Check mal die Bombe Ey, grün, 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 Bombe Oben Er ist unten Wasser Kommt jetzt hoch Noch eine, hier kommt eine Orange Fuck Unten Wasser Kommt jetzt hoch Elf, just Just Schon seit 5 Runden dabei Alter, ich hab mich schon gewundert Der zweite, der da... Zweiter Viewer Ich hab mich schon echt gefragt What? Ich hab'n gedacht, wenn jetzt gekickt worden wär' Oh, das wär' so schön Einer will noch ziehen, das wär'n Hatten diffusen Counter Terrorist Win